Das Ziel dieses Videos ist es, Ihnen einen kurzen Überblick über die aktuellen Vertriebsmöglichkeiten von digitalen Medien zu geben. Die Möglichkeiten mit digitalen Medien sind einem laufenden Wandel unterworfen. Es begann ganz harmlos mit dem PDF-Format, welches 1993 von Adobe zum ersten Mal veröffentlicht wurde. In einer späteren Phase kamen Internet, Flash-Animationen und Blätterkataloge dazu. Begleitet von Multimedia-Möglichkeiten wie Video- oder PowerPoint-Präsentationen. 2011 erschien das erste iPad. Viele Unternehmen haben den digitalen Vertrieb angepasst, um Zeitungen und Magazine wie zum Beispiel Skynews.ch digital zu verkaufen. Diese Technologien haben alle grafischen Unternehmen vor neue Herausforderungen gestellt, viele Unternehmen haben aber auch diese Chance gepackt und sind gestärkt im Markt vertreten. In jüngster Zeit wird Digital Signage zum Thema für die digitale Präsentation. Ein Digital Signage-System ersetzt Plakate, ergänzt einen bemannten Infostand oder wird als Beschilderungssystem eingesetzt. Als elektronisches Plakat wird schon seit einiger Zeit auch das In-Store-Marketing unterstützt. Nach Analyse der aktuellen Angebote wurde festgestellt, dass es einiges an Optimierungspotenzial gibt. Alle Ideen sind in das Projekt Cloud Yourself eingeflossen, welches seit 2015 verfügbar ist. Das Cloud Yourself-Konzept basiert auf 1. Displays und Monitore, die auch vom Kunden bereitgestellt werden können 2. Vernetzte Cloud Yourself-Hard- und Software 3. Zentrale Speicherung der Präsentationsdaten in der Cloud 4. Weltweiter webbasierter Steuerung der Inhalte wie Video, PowerPoint, PDF und so weiter Alle Präsentationen können individuell mit Webbrowser terminiert werden, um die Aktualität der Präsentation zum Frühstück um 8 Uhr oder zur Mittagsaktion zu steigern. Neu innovative Dienstleistungsbereiche mit Cloud Yourself kurz und bündig Personen aus Marketing und Kommunikation können einfach digitale Inhalte, basierend auf Standarddateiformaten erstellen und verteilen. Erhöht die Aktualität dank zeitlich gesteuerter Präsentationsinhalte Einfachstes Handling der vernetzten Inhalte mit jedem Webbrowser Cloud Yourself ist offen gegenüber neuen Visualisierungstechnologien wie LED-Displays Jeder Inhalt wird dank integrierter High-End-Color-Management-Engine in brillanten Farben präsentiert Cloud Yourself funktioniert auch mit vorhandenen Displays und ist eine Schweizer Softwareentwicklung Nutzen Sie jetzt die Chance und werden Sie Digital Signage Publisher Die Technologien sind mit Cloud Yourself vorhanden Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angeschaut haben In 3 bis 5 Minuten können nicht alle Spezialitäten oder Anwendungen angesprochen werden Daher wird die Video-Eye fortgesetzt Sollten Sie jedoch eine spezifische Frage oder Anregung an uns haben, so nutzen Sie die Möglichkeit direkt mit uns Kontakt aufzunehmen Deine Anregungen Anregungen Eis Bis zum nächsten Mal.